Herr Söder, Sie sind in München. Ich habe jetzt ganz vergessen nachzufragen. Ich frage nur deshalb, weil wir den Satz, mein Platz ist in Bayern, von Ihnen länger nicht gehört haben. Wie kommt das? Gilt der noch? Ja, mein Platz ist heute in Bayern. Heute? Und morgen und in den nächsten Monaten? Ich werde bald wieder nach Berlin fahren müssen, weil wir irgendwann Ministerpräsidentenkonferenz haben und wir natürlich auch eine Sitzung des gemeinsamen Fraktionsvorstandes haben. Also ich bin an beiden Orten präsent. Gehen Sie davon aus, dass auch nach September 2021 Ihr Platz in Bayern sein wird? Ja, mein Platz ist überall in der Hinsicht, denn egal wie die Regierung sich bildet, wenn es eine Regierung gibt mit der Union, bin ich als CSU-Vorsitzender auch automatisch, egal in welcher Funktion, eingebunden in jeden Koalitionsausschuss. Das heißt, man muss quasi als Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender, man muss überall mit uns rechnen. Das ist interessant, weil früher konnten Sie gar nicht oft genug sagen, mein Platz ist in Bayern, jetzt merke ich da eine gewisse Zögerlichkeit. Also Sie umschiffen diesen Satz sozusagen, das ist neu im Programm. Nein, ich bin nicht zögerlich. Herr Schumacher, wie haben Sie das gerade wahrgenommen? Genauso wie Sie, Herr Lanz. Ich glaube, Herr Söder versucht einfach die Perspektiven etwas zu weiten. Für Deutschland natürlich. Selbstverständlich. Herr Söder, in dem Zusammenhang, wie finden Sie eigentlich das Wort Brücken-Lockdown? Haben Sie das sofort verstanden, was ein Brücken-Lockdown sein könnte? Armin Laschet hat den Begriff jetzt in die politische Runde geworfen. Ja, ich glaube schon, was er damit meint. Er meint damit, dass wir sozusagen so lange einen Lockdown machen sollen noch einmal, einen verschärften, konsequenten, bis dann sozusagen Testen und Impfen in ausreichender Zahl und Wirkung dann vorhanden ist. Das ist ein Ansatz, den ich am Sonntag auch schon mal gesagt habe. Ich freue mich darüber, dass wir da jetzt auch wirklich eine gemeinsame Linie haben. Kanzlerin Armin Laschet und ich. Ich habe ja bereits letzte Woche einen Brief mit Winfried Kretschmann zusammengeschrieben, wo wir dafür sehr stark werben, noch mal einen sehr konsequenten Kurs zu haben. Denn die Zahlen sind jetzt nach Ostern zwar ein bisschen besser, aber ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz. Denn wir haben auch keine Schule. Und gerade in den Schulen stellt sich ja im Moment die höchsten Inzidenzen jedenfalls deutlich über dem, was dem normalen Landesdurchschnitt ist, ein. Insofern finde ich das gut, dass wir da jetzt eine gemeinsame Linie haben. Leider ist es so, so höre ich, dass insbesondere die gesamten A-Länder, also die SPD-Länder, das nicht wollen. Aber auch viele Länder der CDU sind da sehr skeptisch. Schließen Sie aus, dass Sie die Schulen noch mal schließen müssen, vollständig schließen müssen? Man kann in diesen Corona-Zeiten nichts ausschließen. Wir haben in Bayern ohnehin mit den geringsten Anteilern Schule, was auch nicht ganz einfach ist, weil es ja für Eltern und Schüler schon eine echte Herausforderung ist. Wir versuchen es mit viel Notbetreuung und Bildungscoaching zusätzlich zu kompensieren. Wahr ist aber auch, wir brauchen dringend dort, wo Schule ist, eindeutig eine Testpflicht. Und zwar für alle, nicht nur für die Bereiche, wo sehr hohe Inzidenzen sind, sondern es geht hier um den Schutz, den Schutz der Schüler und Schüler, aber auch der Lehrkräfte und dann auch der Eltern. Denn die Schüler sind diejenigen, dass wenn sie eine Ansteckung haben, ja nicht nur in der Schule möglicherweise den Nachbarn, das Nachbarskind anstecken, sondern auch die Familie, weil es ja gar nicht anders geht. Insofern braucht es da eine besondere Sorgfalt und Rücksicht, gerade beim Thema Schule. Ich würde jetzt nicht wie viele andere Länder weiter öffnen mit der Schule. Nein, ich würde ohnehin raten, dass weitere Öffnungsschritte erst mal verschoben werden. Wir brauchen jetzt erst mal eine sichere Basis und was ganz Wichtiges. Bevor wir einen Lockdown erneut durchsetzen, wäre wichtig, dass die Notbremse überall gilt. Und zwar konsequent auch mit Ausgangsbeschränkungen. Wir hatten da von wem gelernt in dem Zusammenhang? Sie sagten gerade einen sehr interessanten Satz so nebenbei. Sie sagten, jetzt haben wir da endlich eine gemeinsame Linie. Ist das jetzt eher die Laschet-Linie oder eher die Söder-Linie? Wer folgt denn da gerade wem? Sie, Herrn Laschet oder Herr Laschet, Ihnen? Sagen wir es mal so, ich glaube, wir haben jetzt eine grundsätzliche Übereinstimmung, mit der Einschätzung, dass jetzt Vorsicht der bessere Ratgeber ist. Gerade in diesen Tagen, wo die Intensivstationen voller werden, auch wenn die Inzidenzen etwas zurückgehen, was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass wir über Ostern wenig Gesundheitsämter haben, die voll gearbeitet haben, sodass die Zahlen meiner Meinung nach nicht ganz absolut sicher sind, ob sie in der Tendenz bleiben sinken würden. Deswegen ist, glaube ich, der Rat einfach noch mal zu sagen, lieber jetzt nicht zu viel öffnen, sondern lieber noch mal konsequenter bleiben, bevor man dann wieder erneute sprunghafte Entwicklungen nach oben hat. Das, was ja die Leute auch nervt und was sie so stresst, ist ja das Verständliche dieses Hin und Her. Und wir müssen schauen, dass wir aus dieser Endlosschleife doch in sehr konsequentere Management hineinkommen. Und ich habe die Lesie eigentlich, wenn ich das so sagen darf, immer vertreten, die Kanzlerin auch. Und jeder, der mitmacht, finde ich das super, weil das einfach verstärkt die Basis derer, die für Umsicht und Vorsicht eintreten. Ist das der Grund, warum Sie gemeinsam mit Winfried Kretschmann diesen Brief geschrieben haben, aber interessanterweise nicht gemeinsam mit Armin Laschet? Also in der Tat, mit Winfried Kretschmann verbindet mich seit Beginn der Pandemie ein sehr enges Zusammenwirken. Und zwar auch jenseits des Wahlkampfes. Wir haben eigentlich uns auch immer ausgetauscht, Bayern und Baden-Württemberg, was auch logisch ist, weil wir Nachbarländer sind. Einen ähnlich engen Austausch haben wir übrigens mit Sachsen, weil da auch ein sehr gutes Miteinander ist, und zwar seit vielen Jahren. Und deswegen haben wir uns auch da immer abgestimmt. Und Winfried Kretschmann vertritt eben auch eine sehr konsequente Linie. Er hat ja im Wahlkampf das immer zu verteidigen gehabt, sogar innerhalb seiner eigenen Koalition. Und deswegen war klar, wir wollten ja auch letzte Woche da schon mehr machen, weil wir einfach glauben, dass diese Notbremse, wenn sie ernst gemeint ist als Konzept, dann muss sie auch nicht nur ein Schriftsatz sein, sondern sie muss auch ein Tiger sein, der beißen kann, der Zähne hat. Und das ist nicht überall so. Insofern glaube ich, auch alle, die jetzt tatsächlich auf den schärferen Kurs setzen, werden jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen noch einfach nachziehen. Ich fand, wenn ich das noch sagen darf, zum Beispiel beachtlich, dass Stefan Weil, der am Anfang sehr zurückhaltend bei Ausgangsbeschränkungen war, jetzt sie auch angewandt hat, das sind sehr positive Signale. Ich habe Ihnen jetzt schon mehrfach den Namen Armin Laschet zugeworfen, aber Sie nehmen ihn partout nicht auf. Wenn Sie sagen, das sehen nicht alle so, das machen auch nicht alle so, haben Sie da auch Armin Laschet im Kopf? Haben Sie den auch gefragt, ob er diesen Brief mit Ihnen unterschreibt? Nein, wir wollten ein Signal setzen. Winfried Kretschmann und ich gemeinsam. Winfried wollte ja letzte Woche schon deutlicher werden. Und wir hatten ja letzte Woche dann eher noch eine andere Debattenlage. Aber ich war mit Armin Laschet jetzt über Wochenende, haben wir uns auch ausgetauscht. Kurz vor der Sendung hat er mir auch noch mal eine SMS geschrieben. Er sagte, dass ich heute bei Ende der Sendung bin. Er sagte mir, ich soll friedlich sein. Das will ich auch auf jeden Fall machen und freundlich sein. Ich will das nicht schaffen. Wir haben uns da wirklich auch gut ausgetauscht. Wir schätzen uns ja auch. Wissen Sie, in der Corona-Frage gibt es ja keine absolute Wahrheit. Wir lernen jeden Tag von Neuem, uns weiterzuentwickeln und versuchen uns auch gegenseitig weiterzuentwickeln. Aber Armin Laschet hat eine andere Wahrheit als Sie, Herr Söder. Stilfragen, welcher MP macht es besser oder schlechter? Wie bitte? Armin Laschet hat eine andere Wahrheit offensichtlich als Sie. Weiß ich nicht. Er hat für sein Land seine Verantwortung und die nimmt er auch mit 100% Einsatz wahr. Und das ist ja auch selbstverständlich. Das ist ja eine der Stärken und Schwächen übrigens in dieser Corona-Zeit. Deswegen plädiere ich ja ehrlicherweise auch für mehr bundeseinheitliche Regeln. Weil ich natürlich schon verstehe, dass viele Menschen, übrigens die in den Grenzräumen leben, ganz besonders verunsichert sind. Welche Regel gilt wann wie? Und der Fleckenteppich, der da herrscht, der führt auch nicht dazu, dass die Akzeptanz generell der Maßnahmen steigt. Mir wäre mehr Bundeseinheitlichkeit lieber, obwohl ich überzeugter Fan von Länderkompetenzen bin. Ein Jahr haben Sie gebraucht für diese Erkenntnis. Das finde ich bemerkenswert. Nein, das habe ich im Juli letzten Jahr schon gesagt und wurde dafür zugegebenermaßen kräftig gescholten von meinen Kollegen. Ich habe das letztes Jahr schon mal gesagt, weil da war ja eine ähnliche Situation. Andere Länder haben wesentlich schneller geöffnet als wir. Ich muss auch dazu sagen, wir sind immer auch stärker betroffen. Wir haben 1.000 Kilometer Außengrenze. Wir haben das jetzt auch wieder gemerkt in dieser dritten Welle, wie sich von Tschechien auskommend, einem Hochinzidenzgebiet, richtig eine komplette Trillewelle von Ost nach West bei uns ergeben hat. Die ist sozusagen die beste Stadt, die wir haben, ist Ansbach, die liegt ganz im Westen Bayerns. Und deswegen habe ich halt einfach immer als sozusagen gebranntes Kind meine Erfahrungen. Und deswegen ist es mir lieber, eben länger konsequent zu bleiben. Und deswegen ist es mir auch eben lieber, bundeseinheitlich zu agieren. Ich verstehe aber, das sage ich ausdrücklich, wenn zum Beispiel, es gibt ja auch im Norden unterschiedliche Akzente. Wenn Sie anschauen, in Schleswig-Holstein haben wir zum Teil sehr niedrige Inzidenzen, in Hamburg eine höhere. Mit Peter Tschentscher beispielsweise bin ich auch fast immer einer Meinung, weil ich auch finde, dass er einen sehr umsichtigen Kurs fährt. Ja, da sagt gerade, weil Sie Schleswig-Holstein erwähnen, Daniel Günther dieser Tage als Replik auf diesen Brief, ziemlich säuerlich. So ist das eben, im Süden werden Briefe geschrieben und im Norden wird einfach gehandelt, schlicht und ergreifend. Wir hatten Michael Kretschmer, den sächsischen Ministerpräsidenten, in der vergangenen Woche hier und habe ihn nach mehrmaligem Nachfragen dazu gebracht, dann doch ein bisschen mehr zu erzählen. Und er sagte, ja, ich bin auch gefragt worden, ob ich diesen Brief mit unterschreiben würde. Interessant. Er hat es dann abgelehnt, offensichtlich, weil er diesen offensichtlichen Zwist in der Union so nicht wollte. Haben Sie auch Armin Laschet gefragt, ob er diesen Brief mit unterschreibt? Nein, das habe ich nicht an der Stelle. Wir haben uns da sehr stark an den Grenzländern orientiert, die ein ähnliches Infektionsgeschehen haben, die auch sehr stark betroffen sind. NRW hat auch eine lange Grenze. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine ganz andere Situation. Lange Grenze. Ja, aber eine andere mit anderen Inzidenzen, als wir das haben. Ja, aber andere als wir das haben. Wir haben die längste, wir sind zwar nicht das größte Bundesland, das zweitgrößte, aber wir haben die längste Außengrenze. Ich glaube, das war so auch okay. Und man sieht ja, dass es am Ende doch zu einem gemeinschaftlichen Ergebnis führt. Okay. Und da ist ein Tag hin oder her ja nicht entscheidend. Dann will ich nochmal anders fragen, wen haben Sie denn noch gefragt, ob er diesen Brief freundlicherweise mit unterschreibt? Herrn Woidke zum Beispiel? Herrn Günther mit Dänemark? Nein. Wir wollten einen Puls setzen. Nein, wir wollten einen... Nein. Nein, wir können jetzt noch die anderen Länder durchgehen, da kommen wir zum gleichen Ergebnis. Wir wollten einfach ein Signal setzen. Also Winfield Kretschmann hat ja Anfang der Woche damals eine neue MPK gefordert. Das war ja Winfield Kretschmann, der sagte, wir brauchen vor Ostern eine neue MPK. Und letztlich haben wir uns da zusammengefunden. Das war unser gemeinsamer Ansatz. Und dann haben wir noch überlegt, ob Michael Kretschmann, weil der halt auch sehr stark betroffen ist in Sachsen, da mitmachen will, um so einen Impuls zu setzen. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Schauen Sie, es ist ja ganz im Gegenteil. Armin hat ja gestern auch, wie ich finde, ein sehr mutiges Statement abgegeben. Und da hat er jetzt auch nicht vorher beispielsweise Bremen gefragt, ob die mitmachen würden, sondern er hat das Statement gesetzt, was ich richtig finde und sehr unterstütze. Welches Statement meinen Sie jetzt genau, Herr Söder? Es gab viele Statements, über die gleich noch zu reden sein wird. Brückenlockdown. Brückenlockdown. Die Ausgangsfrage zu Beginn. Okay, okay. Armin Laschet hat auch eine vorgezogene MPK, eine Ministerpräsidentenkonferenz, ins Spiel gebracht. Vorziehen. Finden Sie gut oder nicht? Ich würde da jederzeit mitmachen. Es ist immer gut, wenn wir uns treffen. Da gibt es aber offenkundig von den SPD-Ländern, aber auch von der Mehrzahl der CDU-Länder im Moment jedenfalls keine große Rückendeckung. Wenn, muss man auch sagen. Wir müssen auch wissen, was wir da beschließen. Also wenn wir keine, wenn wir uns wieder nur treffen, das war ja die Erfahrung vom letzten Mal, wenn wir uns wieder treffen und endlos austauschen auf hohem Niveau und auch wirklich viel besser, als es in der Öffentlichkeit wirkt, auch ganz anders sachgerecht, als es mal mit den Medien so erscheint. Aber wenn das Ergebnis dann ähnlich ist wie beim letzten Mal, dann glaube ich, sind viele Bürger zu Recht sehr enttäuscht. Also wenn, dann muss es was Richtiges sein. Dann muss es entweder sein, dass wir tatsächlich einen Lockdown verlängern oder dass wir die Maßnahmen, die wir getroffen haben, so anschärfen, damit sie automatisch gelten. Weil eigentlich haben wir das Regelwerk beschlossen und es müsste nur umgesetzt werden. Sie sagen es gerade, die Medien stellen da manchmal Dinge dar. Die Medien stellen zum Beispiel heute auch da Fotos aus dem Saarland, wo wir plötzlich Menschen in Fitnessstudios sehen. Wie passt das zusammen, Herr Söder? Also wo ist das noch konsistent? Auf der einen Seite erzählen wir den Leuten, Intensivstationen laufen voll, die Inzidenzen gehen nach oben, die Zahlen steigen und dann erreichen uns plötzlich Bilder von geöffneten Fitnessstudios aus dem Saarland. Wie soll man das denn noch verstehen? Also in Bayern machen wir die Fitnessstudios nicht auf. Das war ja nicht meine Frage. Die Frage war ja, was das draußen in der Bevölkerung anrichtet. Aber meine Antwort. Aber meine Antwort. Sie dürfen selbstverständlich auch antworten, was Sie wollen. Herr Söder, mit der Bitte um kurze Antwort vielleicht nochmal dazu. Ich würde Sie gerne fragen, ob es im Nachhinein ein wirklicher Fehler war. Am 3. März, diese MPK, da wurde gelockert. Und im Grunde war da doch eigentlich schon längst klar, dass die dritte Welle ohne Verlängerung des Lockdowns unvermeidbar sein würde. Das war doch zu dem Zeitpunkt Ihnen allen, die Sie da zusammengesessen haben, klar oder nicht? Naja, es gab einige, die haben da sehr zurückhaltend und ähnlich argumentiert, wie wir jetzt hier in der Runde das gemacht haben. Und es gab einige, die waren sehr, sehr euphorisch, was das Thema betroffen hat. Zugegebenermaßen aber nicht nur unter den Bundesländern, sondern auch in den Bundesländern. Wir haben das richtig gemerkt. Es ist ja eines dieser Grundprobleme. Immer dann, wenn wir erfolgreich sind, geht die Geduld vieler verloren. Also immer dann, wenn die Tendenz positiv ist, glauben manche schon, es sei vorbei. Wie nach dem Motto, lasst uns, wir führen 1 zu 0 beim Spiel. Oder wir haben aus einem 0 zu 1 ein 2 zu 1 gemacht, jetzt 80. Minute, jetzt können wir aufhören. Das ist eines der Grundprobleme, das uns die ganze Zeit begleitet. Da können wir aber nur immer wieder versuchen, zu werben und es durchzusetzen. Aber wenn Sie das anschauen in ganz Deutschland, unzählige Koalitionen, überall das gleiche Bild. Und ein bisschen ist auch, wenn ich das noch sagen darf, so, dass wir natürlich auch immer die Stimmen der besonders Engagierten in den Mittelpunkt drücken an der Politik, bestimmter Gruppen. Die unzähligen Stimmen der Menschen, ich merke das ja auch immer, wenn man das so liest, die öffentliche Meinung, dann muss es ja nur Chaos sein. Dann wollen ja alle nur öffnen. So war zeitweise die Stimmung. Und es gibt so unzählig viele Menschen, die mir Briefe schreiben. Bleiben Sie vorsichtig, ist richtig, aufpassen. Die haben dann auch mich bestärkt, zum Beispiel gegen Meinungstrend, auch gegen manche Umfrage, einfach diese Linie auch zu vertreten. Nicht aus Sturheit, wenn ich das sagen darf, sondern aus Überzeugung. Herr Söder, was wir auch sehen und mit großer Spannung verfolgen, ist der Machtkampf, der da auf offener Bühne ausgetragen wird. Und das ist der Machtkampf zwischen Ihnen und Armin Laschet. Sie haben einen sehr, sehr engen Draht zur Kanzlerin. Zu eng für den einen oder anderen möglicherweise. Und am Wochenende haben Sie noch mal nachgelegt und sagten in einem Interview bei den Kollegen der Bild am Sonntag, die Entscheidung darüber, wer Kanzlerkandidat wird, sollte auch eng mit Angela Merkel abgestimmt sein. Ein Kandidat ohne Unterstützung der Kanzlerin kann kaum erfolgreich sein. Warum war das wichtig, das noch mal so zu platzieren? Ja, das ist ja logisch. Also ich meine, wir sind in einer Sondersituation, die gab es noch nie. Also normalerweise waren Wahlkämpfe so, entweder hat die Union den Kanzler gestellt oder die Kanzlerin, die wieder angetreten ist, oder es gab die Situation, dass man gegen einen SPD-Kanzler, so war bislang die Regel, mit einem Oppositionsführer oder einem Ministerpräsidenten angetreten ist. Das ist jetzt eine völlig neue Situation und die ist in vielerlei Hinsicht spannend. Eine amtierende Kanzlerin, die dann aufhört und ein neuer Kandidat nach jetzigen Ermessen aller Voraussicht nach, der antritt. Es ist gar nicht leicht und es ist doch selbstverständlich, dass das im Einklang erfolgen muss. CDU und CSU müssen geschlossen sein. Das ist die eine Basis für den Erfolg. Eine zerstrittene Unionsgemeinschaft, wie wir das im Jahr 17, 18 erlebt haben, hat keine Chance auf Erfolg. Und diese Einheit passiert natürlich nicht nur zwischen Parteien, sondern auch natürlich mit der Bundeskanzlerin. Und ich wurde letzte Woche dafür gescholten, dass ich gesagt habe, man muss natürlich auch den Kurs der CDU-Bundeskanzlerin unterstützen. Was mich gewundert hat, dass wenn ein CSU-Vorsitzender schon mal eine CDU-Bundeskanzlerin unterstützt, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Herrlicherweise, da gab es ganz andere Zeiten, wo das ganz anders war. Und nebenbei bemerkt, alle setzen ja auf die Stimmen von Angela Merkel. Und wer die Stimmen von Angela Merkel möchte, der muss auch eine Politik machen, so wie sie sie gemacht hat. Sicher mit auch vielen neuen Akzenten, aber in der Kernthese jetzt, in der wichtigsten Frage, die die Menschen beschäftigt, in der Corona, da müssen wir zusammenbleiben. Könnten Sie das, die Politik von Angela Merkel, fortführen? Das ist eine sehr geschickte Frage jetzt, weil sie leitet auf das eigentlich spannende Thema hin. Aber Sie kennen mich ja aus vielen Gesprächen schon früher, als Sie mich immer nach allen möglichen Ämtern gefragt haben. Ich bleibe auch da bei meiner These. Ich glaube, es können einige und viele können diese Aufgabe schultern. Es bewerben sich ja auch sehr viele. Es bewerben sich viele übrigens mit dem gleichen Argument. Die Grünen sagen das de facto, Olaf Scholz hat es gesagt. Und insofern ist es auch bei uns denkbar möglich. Das Entscheidende ist, dass wir zwei Dinge zusammenbringen. Also was wir nicht wollen ist, es wird kein reines Weiter so geben, weil wir neue Herausforderungen haben. Denken Sie an die Klimaschutzpolitik. Wir müssen da schon neue Akzente setzen. Wir müssen auch klar machen, dass wir Wirtschaft und Umwelt versöhnen können. Und zwar nicht nur als Formelspruch irgendwie, sondern tatsächlich da ein Musterland für das werden in Europa. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass wir nicht einfach zurück in die Vergangenheit gehen. Nach dem Motto, so jetzt gehen wir mal zurück in die 80er oder 90er. Diese Aufgabe auf neue Fragen, neue Antworten zu geben und trotzdem auch Kontinuität zu zeigen und gleichzeitig unser jetziges Regierungshandeln noch mal zu verbessern und manche Managementfehler endlich abzustellen, das ist schon eine sportliche Aufgabe und die geht nur gemeinsam. Da wird jeder gebraucht an jedem seiner Stelle. Im Zweifel auch Sie. Sie sagen, das ein oder andere an Managementfehlern abzustellen, war es auch ein Managementfehler der Kanzlerin im Zweifel, am vergangenen Sonntag bei Anne Will, ihren eigenen Parteivorsitzenden öffentlich zu dupieren. Und im Grunde, als es darum ging, sozusagen die Inkonsequenz bei Corona-Bekämpfung namentlich zu benennen, ausgerechnet NRW fallen zu lassen. Sie war diejenige, die Nordrhein-Westfalen plötzlich in die Diskussion eingebracht hat, was dazu geführt hat, dass Anne Will dann mehrfach nachfragte und irgendwann rauskam, okay, sie meint doch Armin Laschet. Ein Parteivorsitzender ist selten öffentlich so abgewatscht worden wie Armin Laschet. Hatten Sie Mitleid? Also zunächst einmal, ich glaube, ich bin nicht dazu da, andere Interviews zu bewerten. Und es wäre auch unfair, wenn wir bei Markus Lanz eine andere Sendung aus der ARD bewerten. Also ich glaube, da ist jedem seins. Das, glaube ich, gebietet auch die Fairness, dass man das so macht. Und deswegen halte ich mich da völlig zurück und sagt dazu auch nichts. Im Übrigen, Armin Laschet und ich, ich bleibe dabei, wir haben, das schätze ich an Armin Laschet, er war ja letzte Woche auch bei Ihnen. Ich habe darüber gelesen, wie die Sendung war. Armin Laschet hat auch ein großes Stehvermögen und Ausdauer und Kraft. Und ich glaube, wir schaffen es auch alle gemeinsam, sowas zu überstehen und dann immer nach vorne zu blicken. Weil ich habe ja auch schon so viel Kritik bekommen von allen möglichen Seiten immer wieder. Und wenn man in der Politik, es geht ja hier wirklich um hohe Verantwortungen. Es geht um eine schwierige Situation für unser Land. Und wenn wir aus Corona rauskommen, ist es ja nicht einfach vorbei. Es bleiben ja viele anderen Fragen. Da müssen wir uns alle wirklich versuchen, immer das Beste zu geben und immer, egal wer, an welcher Stelle nach vorne zu schauen. Sie haben öffentlich beklagt, Herr Söder, dass sich die Kanzlerin und ihr Parteivorsitzender öffentlich streiten. Und Sie waren dann derjenige, der mindestens zweimal hinterher noch mal Öl ins Feuer gegossen hat. Sie haben erstens gesagt, die Entscheidung darüber, wer Kandidat wird, sollte auch eng mit Angela Merkel abgestimmt sein. Zweiter Satz, Umfragen spielen natürlich eine wichtige Rolle, weil sie ein wichtiger Maßstab für die Akzeptanz von Personen in der Bevölkerung sind. Kleines, aber nicht unwichtiges Detail in dem Zusammenhang. Armin Laschet betont seit Wochen immer wieder, dass Umfragen bei dieser Geschichte gar keine Rolle spielen. Warum machen Sie das? In der CDU wurde das gewertet als richtiger Tritt vors Schienbein. Warum? Sie haben die Frage schon verstanden. Ja, aber ich habe es jetzt noch mal, also ich versuche jetzt noch mal zu verstehen, warum. Na ja, wenn Armin Laschet immer wieder sagt, auf Umfragen schauen wir nicht, wissend, dass seine eigenen Umfragewerte nicht gut sind und sie wissen, dass ihre eigenen Umfragewerte exzellent sind und dass sie politisch näher an Angela Merkel stehen, die Armin Laschet, die an eigenen Vorsitzenden gerade angezählt hat, vor fünf Millionen Zuschauern. und gleichzeitig dann sagen, selbstverständlich spielen Umfragen eine Rolle, weil sie ein wichtiger Maßstab für die Akzeptanz in der Bevölkerung sind, dann finde ich, ist die Frage gerechtfertigt, warum Sie das tun oder war das zufällig? Nein, aber beides ist doch korrekt. Erstens einmal, ich plädiere für Harmonie zwischen allen, weil nur so gewinnen wir. Ich meine, die Grünen machen es übrigens zwar geschickt, aber da wird ja auch gehakelt. Das schaut keiner so genau hin, aber da ist ja auch gehakelt so. Das heißt, bei Ihnen wird schon auch gehakelt. Also das hatten wir schon mal fest. Nein, man kann das nicht einfach so aus der Lameng entscheiden. Da gibt es ja vieles zu beachten. Nicht nur Umfragen, aber eben auch, weil sie spiegeln ja letztlich auch nochmal, nicht die aktuelle Umfrage ist entscheidend, aber Trends sind wichtig. Die Erwartungshaltungen, das Zutrauen, das dahintersteht. Und Armin hat heute Morgen, fand ich sehr beeindruckend für mich, im Markenmagazin gesagt, natürlich werden wir denjenigen aufstellen oder die Kandidaten ins Rennen schicken, die die besten Chancen auf einen Erfolg bringen. Das ist doch selbstverständlich. Das ist eine Binsenbeidheit. Das ist weder ein Dritt noch irgendeine besondere. Ja, natürlich bundesweit, genau. Alle Umfragen werden ja auch bundesweit gemacht und alle Akzeptanzen gemacht. Das sind Sie, Herr Söder. Das kann sich ja jederzeit ändern. Das kann sich doch jederzeit ändern. Wenn es sich nicht ändert. Das ist wie mit Einschaltquoten, die sind in der einen Woche so und in der anderen so. Das ist die rhetorische Figur, die kenne ich schon. Das machen Sie gerne mal. Aber wenn es sich nicht ändert, Herr Söder. Aber es klappt jedes Mal, Herr Lanz. Nein, nein, es klappt jedes Mal. Ich habe es gerade durchschaut. Klappt jedes Mal. Wenn es nicht klappt. Doch, finde ich schon. Nein, nein, nein. Herr Söder, wenn es nicht klappt. Klappt immer. Klappt immer. Herr Söder, wenn die Umfragewerte dort bleiben, wo Sie sind. Ja, wieder ernsthaft. Werden Sie es dann machen? Werden Sie dann antreten? Also wir haben uns jetzt auf ein Verfahren vereinbart. Und ich will jetzt auch, gerade weil Sie mich jetzt mehrfach ermahnt haben, ich solle bräfer sein und harmonischer sein. Ich wäre fast in Versuchen gewesen, mehr zu sagen. Aber nachdem Sie mir jetzt mehrfach gesagt haben, dass ich da immer einen Tritt vors Schienbein gebe, haben Sie mir nochmal wirklich ermahnt, genau mich das nicht zu tun und mich gut zu verhalten. Und deswegen, wir haben uns vereinbart, Armin und ich, dass wir uns da gemeinsam besprechen und Vorschlag machen. Daran halte ich mich jetzt auch. Danke nochmal für die Erinnerung an ein gutes Verfahren. Das heißt, wenn Sie sagen, das Verfahren, das ist ganz wichtig jetzt gerade, Ihr eigener Landesgruppenvorsitzender, Alexander Dobrindt, bringt unter anderem ins Spiel, dass die Fraktion möglicherweise darüber abstimmt, wer der nächste Kanzlerkandidat ist. Das heißt, das schließen Sie aus. Sie beide, Sie und Armin Laschet machen das unter sich aus. Na ja, Alexander Dobrindt hat gesagt, die Bundestagsfraktion muss da schon gehört werden. Was übrigens schon aus einem anderen Grund ziemlich zentral ist, denn gewählt wird man nur von der Fraktion dann nach einer Wahl. Also es gab ja da schon unschöne Entwicklungen in Deutschland, wo man auf eine zusicherte Fraktion baute. Sie erinnern sich an verschiedene Länder, wo das war und hat es nicht geklappt. Deswegen ist es selbstverständlich, dass eine Fraktion gehört wird, zumal jetzt auch möglicherweise sogar ein weiterer Kandidat seit letzter Woche da ins Spiel gebracht wurde. Natürlich ist das doch selbstverständlich, dass man alle hört. Und es ist ja auch nicht so, dass wir, dass zwei Parteifußerte jetzt im luftleeren Raum eine Entscheidung treffen, sondern Sie müssen das ja schon so machen, dass es die größtmöglichste Chance bietet, mobilisieren. Darf ich den Satz noch sagen? Ja. Nein, nein, das alleine ist ja, die muss ja auch funktionieren. Solche Entscheidungen müssen ja auch funktionieren, dass alle mitmachen, dass sie begeistert sind, dass die Anhänger sich da wiederfinden. Es ist ja auch nicht nur eine Sache von einigen Funktionären. Da steht eine ganz große Familie dahinter. Eine große Familie der Union, die übrigens auch natürlich nicht so homogen ist. Da gibt es auch große Mentalitätsunterschiede. Es gibt auch politisch andere Einschätzungen. Manches in den neuen Ländern wird anders gesehen als im Westen. Es muss alles sauber überlegt und überprüft werden. Und was für mich ganz wichtig ist, es muss auch Programm und Strategie besprochen werden. Schauen Sie, ein Programm muss ja auch so sein, dass es ein Trendsetter-Programm ist. Es darf ja kein Programm sein, das heißt immer, man dürfte dem Zeitgeist nicht nachlaufen. Das stimmt, weil dann hast du mir schon lange hinten dran. Man muss ja auch die Gefühle und die Erwartungen der Menschen in der Zukunft repräsentieren und dafür ein schlüssiges Konzept haben. Und da glaube ich, haben wir noch einiges zu arbeiten, um genau da die passgenaue Antwort zu geben. Und das alles fließt ineinander ein in eine Entscheidung. Nicht einfach, muss ich zugeben. Schwere Verantwortung, aber die müssen wir schultern. Ich habe gleich noch zwei Fragen an Sie, Herr Söder. Weil Sie gerade sagen Programm. Armin Laschet trägt am vergangenen Dienstag um 11 Uhr in Berlin die Grundzüge seines neuen Programms vor. Sollte ein großer Aufschlag werden, maximale mediale Aufmerksamkeit darauf. Hätte auch geklappt, wenn nicht, Zufall oder nicht, Sie genau eine Stunde später in München vor die Kameras getreten wären, um Ihre Corona-Strategie zu erklären. Damit haben Sie im Grunde eigentlich diesen Aufschlag vermasselt. Sehen Sie das auch so? Nein. Ist das Zufall? Ja, wir hatten einen Impfgipfel länger terminiert. Das war eigentlich eine kleine Sache. Und haben halt danach die Öffentlichkeit informiert. Weil wir ja in Bayern, wir haben ja die Situation, dass wir mit den Hausärzten früher begonnen haben. Sie wissen, ich habe mich sehr dafür eingesetzt, den Hausärzten die Möglichkeit zu geben. War auch am Anfang alles ein bisschen skeptisch. Zeigt sich schon, dass das hervorragend funktioniert. Und wir mussten da auch ein Startsignal geben, weil einen Tag später die Hausärzte begonnen haben. Und im Übrigen, glaube ich, war umgekehrt, also ich glaube an der Wirkung beider Ereignisse, sowohl im kleinen Lokalen in Bayern als auch in der großen bundesweiten Akzeptanz, gab es kein Problem. Beides war gut. Und wir müssen auch lernen, dass wir miteinander auch stark sein können. Das Miteinander stark sein heißt nicht, dass wir nur zusammen jeden Tag das Gleiche sagen müssen, sondern wir müssen ein organisiertes Verfahren finden, wo wir im Vertrauen aufeinander die jeweiligen Stärken so ergänzen, dass insgesamt ein tolles Team daraus wird. Herr Schumacher, sehen Sie auch so? Sind das zufällige Koinzidenzen? Ich gehe mal davon aus, dass Herr Söder und sein Kumpel Armin das natürlich vorher alles im Detail besprochen haben, wer wann vor die Kameras tritt. So ist das unter Teammitgliedern, die ein tolles Verhältnis haben. Ist das so üblich? Und ich gehe mal davon aus, dass das passiert ist. Oder, Herr Söder? Da reden Sie nicht mit mir. Aus internen Gesprächen können wir nichts berichten. Nee, ist klar. Können wir nichts berichten. Ist klar. Nochmal die Frage. Wenn Angela Merkel, von der Sie sagen, dass sie so entscheidend ist, wenn Angela Merkel sagt, Markus Söder soll es machen, wenn zweiter Punkt, die Umfragen, von denen Sie sagen, dass sie wichtig sind für die Akzeptanz bei der Bevölkerung, auf dem Niveau bleiben, auf dem sie sind, wenn Armin Laschet sagt, ich traue mir nicht mehr zu, das Ding noch mal so zu drehen, weil ich an einem ganz anderen Ende gerade umfragemäßig unterwegs bin. Ist Ihr Platz da noch in Bayern? Oder würden Sie es dann machen? Das sind ja schon drei ziemlich wuchtige Wends, die Sie sagen. Ja, ja. Und Sie wissen, dass ich kein Mensch bin, der spekuliert. Also auf Spekulationen dieser Art, da kann man ja keine Prognose treffen. Ganz im Gegenteil, Zwei Wends sind ja schon Fakten. Zwei Wends sind ja schon Fakten. Dass wir ein bisschen Ruhe in die Debatte bringen, dass wir da auch Ruhe in die Debatte bringen. Ich meine, die Grünen haben bewusst entschieden, sich später zu entscheiden. Und die Grünen sind unsere Hauptherausforderer. SPD hat sich entschieden, sehr früh einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, der auch munter ist, der regelmäßig betont, der wird Kanzler. So richtig zündet die Idee noch nicht. Kann auch noch kommen, sage ich ausdrücklich. Bis zu einer Wahl ist noch lange hin. Sechs Monate sind einerseits relativ kurz. Genau. Für eine Wahlkampfvorbereitung, aber noch wahnsinnig lang bis zu einer Wahl. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass auch sehr viele Menschen in Deutschland sich noch nicht ernsthaft mit der Frage beschäftigt haben. Und manch einer sagt, was, Angela Merkel hört wirklich auf? Da gibt es auch noch viele, die, merkt man, Bürger immer die Frage stellen. Also wir haben da noch eine Menge an Zeit. Und deswegen muss man diese Zeit auch klug nutzen. Und nochmal, Teambuilding ist jetzt auch wichtig in den nächsten Wochen, dass sozusagen auch nach diesen ganzen kleinen Dingen, die in der Öffentlichkeit schlechten Eindruck entgeben, zusammenwirken. Der Satz mit dem Teambuilding löst bei Hajo Schumacher große Heiterkeit aus. Warum, Herr Schumacher? Naja, wenn der FC Bayern und meinetwegen RB Leipzig sagen Teambuilding, dann ist das ungefähr genauso überzeugend. Es kann nur einer Kanzler werden. Es kann nur einer deutscher Meister werden. Und da ist nichts mit Team. Da geht es am Ende darum, will der Herr Söder, will der Herr Laschet. Und wenn beide wollen, dann wird es Herr Laschet. Herr Söder, wie tief müssten die Umfragewerte für die CDU sinken, damit Sie sagen, ich mache es nicht, macht es euch alleine? Gleiche Antwort auf die gleiche Spekulation. Schließen Sie aus, dass Sie als Kanzlerkandidat antreten? Gleiche Antwort auf die gleiche Spekulation. Das heißt, Sie schließen aus, eine Antwort zu geben? Ja, ich sage jetzt nichts drauf, weil Sie ja so oder so, das ist natürlich zulässig und auch, wenn ich zugeben darf, relativ clever, das Ganze sich da heranschleichen, umschleichen um die Frage. Das muss ich Ihnen schon zugestehen, natürlich selbstverständlich. Der Schumacher kommentiert es dann noch elegant, elegantest, ja, weil ich immer noch überlege, wer dann wer ist, Bayern und Leipzig. Aber da lasse ich mich jetzt auf nichts ein. Bayern und Dortmund hätte auch funktioniert. Ich habe ja schon, um heute friedlich zu sein. Ich meine, Sie wissen ja, das historische Vorbild, Angela Merkel hat schon mal an dem Bayern den Vortritt gelassen, Edmund Stoiber, und Sie wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Macht Ihnen das Angst? Also, wissen Sie, ich hatte im letzten Jahr tiefe Sorge vor Corona. Das ist das, was mir nach wie vor die größte Sorge macht, weil, so wie wir es vorhin gehört haben, da geht es echt um Leben und Tod. Hier geht es um Fragen von Kandidaturen, einzelne Ambitionen möglicherweise, sicher Verantwortung für eine große Aufgabe. Aber Corona ist das, was mir immer nach wie vor Sorgen macht. Das ist die Hauptsache. Ansonsten ist Angst an der Stelle keine Kategorie, aber an einigen Stellen schadet Demut nichts. Jeder soll sich immer prüfen, auch egal, wer von welcher Partei in welchem Amt genannt wird und das spekuliert wird. Jeder muss sich immer noch mal überprüfen, ob er sich solche großen Aufgaben deswegen auch zutraut. Nicht, weil es um die Bewältigung des Arbeitsalltages geht, sondern da geht es um das Schicksal unseres gesamten Volkes und um viele, viele Millionen Menschen. Und ob man die Erwartungen schulden und erfüllen kann, das ist schon noch mal eine Sache, die jeder für sich selber prüfen soll.